Hallo, ja, gut, erstmal zur Ruhe kommen, heute war gutes Training, ich kam zu spät, weil ich einen Unfall hatte. Mir ist der Reifen geplatzt, da muss ich ganz schnell alles machen, ich hatte keinen Schraubenschlüssel, ich konnte den Reifen nicht wechseln, musste da anrufen, hier anrufen, dann sind irgendwelche Freunde gekommen, Gott sei Dank, haben mir geholfen, haben wir es hingekriegt, war aber trotzdem 40 Minuten zu spät beim Training, Gott sei Dank durfte ich mittrainieren. Ja, wir haben heute nur Technik gemacht, nur Technik, nur Technik, ich weiß nicht, insgesamt schon über 90 Kämpfe, glaube ich, in Kickboxen und Boxen, und jetzt, jetzt kommen wir vor, als hätte ich seit zwei Tagen mit Boxen angefangen und zeigt, er hat, ja, war ja nicht, technisch, war ja nicht, fällt mir so viel, zeigt er, zeigt der Trainer mir, der Dietmar, zeigt mir so viel, das war ja nicht, ich, manchmal glaube ich, boah, das geht gar nicht, Technik ist eine Katastrophe, das schaffe ich nicht, Gott sei Dank klappt dann einiges. Heute war, darf ich nicht laut sagen, heute war es körperlich nicht so anstrengend, wahrscheinlich auch, weil ich so spät beim Training war, habe nur Technik gemacht, nur vor dem Spiegel gearbeitet, ja, aber trotzdem zu schützen gekommen, viel gelernt, viel gelernt, sehr viel gelernt, ja, danke. Vielen Dank.